Kurz reinschnuppern Boah, das wollte ich so nicht, aber Fetzchen lecken Ach komm, leck mir ein Eier Ja, Mensch Ich bin auch ein bisschen aufgedreht Wie in dieser ganzen Geschichte hier mit Jawoll So, was hat er? Ist doch gut, sollst du doch nehmen So, erweiterte Option Vom Wegen Im Meer So viel wie geht, bis es anfängt zu jucken Die Mucke Da brauche ich doch kein Trilling, der finde Ist egal, Schatten rein Also ein Blobschatten Keine Ordnung Das weiß ich doch nie Ich doch nie So, ich glaube, da müsste alles drin sein Hier Ja, ja, wie ne, mal Ich will mich Fortschritte überschreiben Jawoll So Ja, ich, wie gesagt Immer locker durch den Schlüpper atmen Hier Ja, ja, jetzt zwei, drei Levels machen Normalerweise müsste ich jetzt Müsste ich jetzt die Donations dafür kriegen Also richtig hier Richtig cool Ich weiß es aber auch nicht Und warum ich diesen Verrückten unterstellt habe Wulfen Ich hörte damals nur so schön Ich weiß es aber auch nicht Oder grüffeln Das wäre geil, der Killer of the World Grüffeln Grüffeln Auf grüffeln So über Meter groß Yeah So mit P-T-T-A-S Haha Was für ein Scheißtag voller Schmerzen Angst Wahnsinn Mach schon Schwachkopf, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit Da ist Blut auf er Digge Da ist Blut auf er Schade Was weißt du da Feuer Keine Ahnung Ist neuer Er kam zurück, wahnsinnig Dieser Mann Diese schrecklichen Schreien Nur deshalb war ich hier Aber auch das wusste ich damals nicht Was war Blut Oh Und wir brauchen White Knight Das einzige Problem ist Er hat wohl wieder heute noch für den Rest seines Lebens Lust auf ne Einsatzbesprechung Deshalb bist du hier Ich kenne da nix du Das Das ist nicht richtig Das war das erste vernünftige was du heute gesagt hast Dieser Soldat Der Soldat der White Knight überlebt hatte Den sie ans Bett gefesselt hatten War mein Bruder Was war ich du? Ein Anfall Geh mal ein Bier da Erkennst du ihn nicht Arschloch? Da ist immer mal ein bisschen ruhiger hier Lass du vergessen wie deine Sippe riecht Bescheid für ein bisschen Bruderliebe Der haut ab Ey im 2 Leser das Spiel ist scheiße Ich hab das 5 oder 6 mal durchgespielt Ich find das Knorke Ist ganz in Ordnung Na also Lass mich da auch nicht verarschen Ist ganz einfach So Lass mich da Mach da immer Irgendwie meine eigene Meinung Raus hier! Du solltest am Juckeln hier! Die Juckelpflanze! Oh Scheiße! Verpiss dich! Naja, also mit Kmik-Tamor ist so nicht so... heute Morgen... Naja... Das war mit Lärters eben auch... was wir hier... Griffeln! Jawoll! Ballern! Das ist ja noch... Dann bewegt deine Arsch und nerven sich... oder... Dann haben wir eine Label hier... Wenn du dir ein Zett machen willst von mir aus... Aber im Moment haben wir ganz andere Probleme... Ja, gucken wir mal... Quarantäne! Wir müssen uns Ziel 1 erreichen! Viel Ausdauer hat er nicht zweimal getippelt auf dem Boden... Dann ist... Dann kann er nicht mehr... Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Kurz getippelt! Hilf ihm da! Puh! Hey Blödmann, halt die Klappe! Ich bin deine Mom! Ich weiß, du bist da! Du bist... Du bist... Du bist geriffeln! Schhhh... Ja, alles... Der lief mich! Der Schuss war eine verdammte Einladung für diese Mystere! Nichts wie weg... Jaja, ich denke mal Enter... Klari! Hhhhhhhhhh... Plimpe! Jaja... Ich hol' dich später ab! Ich besorg' uns nur ein Taxi! Boah... Alles... 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 Alles klar dir! Es geht... Es geht... Es ist klar hier... Es ist mir egal, was die Leute in meinem Stream über mich denken... Nur mal deine Popperze lecken... Ich weiß das alles noch... Ein bisschen... Ah ja, das war ja anders... Ja, das ist... Äh... Muss ich mir erstmal wieder dran gewöhnen hier mit... Aua! Ja... Pupen mich richtig voll... Der Knurne... K... Ja... Es ist... Wie wenn sie uns überfeilen... Die Bombe! Ja... Jetzt heißt es hier... Komm her! Na komm schon! Ja... 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 Du... Jetzt ist mal... Da ist mein Messer... Ja... Joooowow! Kannste jetzt eine Finish-Up rufen machen... War das da hinten was er herkommt? Ich glaube ja. Ja. Du kannst die Kirche durchschneiden. Ja, los. Komm mir die noch welche? Und das alle? Ja. Wie dachte ihr? Ja, wieso kommen die jetzt erst eingeschissen? Ich bin bei euch platt. Ihr lasst hier nichts leben. Kleiner Wien. Oh, der B! Wie? Halt, du kleine Fotze. Spritz dir da sacht aus'n Arsch. Was soll ich dir? Ruhmkarton? Hoffe ich doch mal. Ja, ich mach zwei Levels nur. Ich will den Hannibal wieder gucken. Hannibal! Prudition Hannibal! Hä? Prudition Hannibal! Nicht bewegen! Keinen Mucks! Keine Mucks! Was zum Teufel ist das? Bleh! Was? Was? Die Schüsse hört man nicht. No, sie ballert. Was? Woher ich... Komme? Mann! 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 dass der da rumkriecht. Wieso ist V-Sync eingeschaltet? Ich weiß es nicht, weil das hier begrenzt auf 60 ist. Speicheroption. Achso. Auflösung wählen, haben wir. Aber ich glaube, das hier läuft nur auf maximal 60 Frames. Also ich würde es jetzt nicht... ...filter ein, das hat damit nichts zu tun. Nö. Wird sicherlich nur auf maximal 60 Frames laufen. Aber mehr gibt es da nicht. Aber es ist doch nicht schlimm hier. Macht ja nichts. Ja, das ist natürlich klar hier. Ja. 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 Die halbe Fresse weggeschossen ist wie rucki zucki hier. Ja. Ja. Geil hat er gesagt. Geil. Geil. Ja. 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 Komm gleich. Jetzt der eine. Hat er eben macht. Blöde Guts! Ah ja! Willst du in die Hose kacken oder was soll ich jetzt machen? Willst du in die Hose scheißen oder was ist los? Zähne ist erst! Blackbird 1,2,4,8 Ich schmeiße keine Granate! Weil fliehen die Kettel in die Gegend ein! Kannst du nix werden! Kannst du nix werden! Die Brücke! Das gleiche an dem Dingle! Zehe an dem Aparillo hier! Hol mich jetzt auf! Will mal das! Jawohl! Ich hab Baller zum Arsch! Echt gut dabei! Jawohl! Wo bist du? Wie weit bist du? Egal! Ruhe nach dem Arsch! Ruhe nach dem Arsch! Ruhe nach dem Arsch! Das jetzt wird mein Rüsturm! Na also... Boah! Na den Guts! Hier unten! Geht so rund! Geht so rund! Ich bin unterwegs! Unterwegs! Geht so rund! Es riecht so rund! Verpacken! Draßen ist die Hölle los! Höööööööööööööööööööööööö. Hooohh, mit der Pfft, mit der Pfft, mit der Ate. Hooohh, das Süscht. Süscht, ne Pupiaze. Ich gehe auch langsam drauf hier und mache hier nicht mehr wie ich hier bin. Huuuuhh. Nein! Rauf die Reiner! Das sind paar Schwänze! Was ist so wie auf den Sack? Was ist das? 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 Kopf geschossen! Was ist das gar nicht so? Du kannst doch so machen! Nee! Der war geil! Nee, will ich nicht haben! Das will ich nicht haben hier du! Hallo? Das will ich haben! Okay! Das war äh... Erste erste äh... Mission... Level Sind sie jetzt nochmal in Sohnfrau? Sind sie Walker? Ich bin Walker! So... Walker sie müssen nicht kommen! Helfen sie uns! Sagen sie uns wo wir weit nach hinten kommen! Ach! Pisse! Ach! Ha 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 ha! Hi Herr Schätzchen! Der andere ist abgehoben! Falsch was! Sie suchen deinen verdammten Bruder! Nichts wie weg! Browser! Oh! Wollo! So! Was war das jetzt? Na Gott kurz überlegen! Na ja gut! Das war jetzt äh... Oder? Ich glaube das war... Ach ja oder was? Naja... Ich weiß jetzt nicht mehr! Das mache ich jetzt noch! Ein Level noch und dann ist gut! Also... So! Lade ist da ein bisschen länger weil das über die anderen Platte läuft! Nicht direkt über meine Windows 7 Platte! Da ist alles noch ein bisschen anders hier! Aber das macht nichts! Jetzt kriegt er hier einen Abdreher! Hä? Du willst einen alten Abdreher! Hier! Hehohoho! Hehohoho! Also hab ich ja Killer! Zu seinem Bruder! Ist wild gewohlen! Sehr schön dass du da bist! Blödmann! Besch achievement so einen Spaß! Du ein Spinnl! Eine Straßen sperre! Eine Brücke? Verdammtes beschissenes Südseeparadies! Hier ist wohl Moskito in die Dase geflogen und hat ihr das Blut aus dem Herd gesaugt. Cool. Ich kann hier nicht abdöde, also. Denk ich wunderbar aus, von wem aus. Seine große Fresse hier. Kann ich es nicht abwehren. Mann Wichser. Kann sowas nicht ab. Es macht keinen Sinn hier. Da. Die Explosion ist jetzt geil. Kullert da rum. Auch hier sah ich immer eine Explosion. Auch hier sah ich immer hoch mit dem Arsch. Ganz einfach. Hoch mit dem Arsch immer noch. Ich besorg uns ein Taxi. Das ist hier kein verdannter Sonntagsausflug. Der wird kommen. Der wird kommen. So, ich werde auch gleich angegriffen. Gleich. Empfangskomitee. Ist nicht zu. Wieso bin ich denn so juckig hier. Aber. So, hier. Ist mal ja. Ist da hinten irgendwas. Was war der da liegen? Was war das? Ach. Ja, da gibt es ja. Ist doch tot oder was? Was war das? Was ist die Kriege? Hoch mit dem Arsch. Seitdem hin. Seitdem hin. Möchte ich die haben? Möchte ich die haben? Möchte ich die haben? Ja, das ist. Schon so ein bisschen. Auch mit dem Ziel. Auch mit dem Ziel. So ein bisschen gewinnig. Bedürftig. Ich guck mich hier richtig an. Alter. Da brennt der Sack. Fielen mir die Dinger um die Ohren. Den hab ich erwischt. Nissen. Du wirst so feige Schweine. Du wirst so feige Schweine, du. So. Jaja, du Putze. Ich hab ihn erlöst. Vom. Vom. Error. So. Oh nein. Da ist ein Kumpels. Ah, ich geh richtig weg und blasen. Bomber. Das war ich immer null. Oh nein. Den hab ich auch erwischt. Tut mir die an. Feige Schweine hinten. Ist das auch das? Das passt. Oh. Oh ne, ich lass die Waffe. Die ist ganz cool. Ja. Jawohl. Nicht ein Schei. Oh, er ist mit... Das Gesicht. Grimmig. Ja. Endlich. Ja. Schlecht. Ja, also das ist klar. Das ist jetzt natürlich kein übermäßiger Shooter. Aber ich finde so... Zwischendurch... Ist das mal ganz okay. Ja, also man muss einfach irgendwo... Diese Spawning-Punkte. Nachdem. Noooo. Verrschendurch. Das bist du! Ja, bist du nicht. Wer pupt mich denn an, ey? Was ist es? Weiß nur nicht, wo er erst kommt. Da oben ist auch was am Film. Dieser feige Sack da oben. Wer weiß noch. Wer weiß noch. Mann ey. Keine feige Fotzer. Wo willst du denn hin? Den hat es ganz zerledert hier. Frag mich gerade. Wo ist meine Deckung hier, du? Als war es das hier. Dich habe ich erwischt. Wichserle. Der erlöscht. Der erlöscht. Kenne ich nix hier. Na wer furzt jetzt? Hoch mit dem Arsch. Er ist da oben ist er. Mein Seeler. Er ist da. Getroffen. Du hast alle erledigt. Normalerweise renne ich dann immer hinten irgendwie durch. Oder hab's nicht alles platt gemacht. Ist keiner übergeblieben hier. Nö. Ist alle platt gemacht hier. Gut. Weil die die haben mir gar nicht geholfen. Die stehen da nur. Mein Feigschweide. Ja das kann ich auch noch machen. Ja das ist wie kurz das hier drin. Du musst den Schacht drauf. Bleib auf keinen Fall stehen. Du musst auf den Schacht. Du weißt ja. Ich schweißen muss. Wir hatten rausgefunden wo Kerl war. Jawohl wo. Das ist eh ja. Das kann ich machen ja. Das war eine Knarge. Frohn. Jawohl. Aus allen. Ich nehm mir den hier. Hier. Schreiß. Hilfe uns. Was ist denn im Dschungel hier. Dschungel. 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 Dschungel Katze. Dschungel. 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 Was ist denn? Ab nur eine Brücke hier. Ist doch alles gut, ist doch alles tot hier. Wir haben einen Arsch. Na guck nicht an den Apparill oder? Ist doch nicht schlimm hier. Ist das ein Effekt? Ein Effekt! Lass ihn holen. Dann laden wir nicht voll, du Kacka! Kacka Arsch! Ja, ich treffe. Wenn ich gerade Pühnöbel sehe ich ganz genau, wo ich hinkacke. Wo ist denn ich an die Schüssen? Ja. Das Ding wird nicht heiß. Ein Schuss in eine Klötze. Dann fängst du an hier. Komm an hier, komm an hier! Hier. Und? Tod. Ah, hier. Oh, jetzt ist es leer. Und? Jetzt geh ich euch entgegen. Und blas euch in den Arsch weg. Eins. Zwei. Hi. Jawoll. Nein! Und? Ich moin. Ab in die Kirche! Er muss... Jawoll! Wartet! Er ist keiner von denen! Und los! Da geht die verdammte Tür! Hallo! Ich bin hier auch nicht! Gut! Jetzt müssen wir hier warten! Jetzt kommen sie hier eh gleich rein! Wenn du da jetzt rausgehst, bist du rot! Wenn sie hier reinkommen, töt ich uns alle, bevor die uns kriegen! Unten bleiben! Wenigstens sterben wir in einer Kirche! Keinen Tod! Und? Wer willsens? Es klappt es! Na scheiße, die hier von dir gibst du Idiot! Da kommen sie! Kopf! Bevor sie runterkommen, heißt sie sch... Scheiße! Nein! Dass sie runterkommen! Schwingel! Tööööööö, voll die Sau! Voller sacken! Voller sacken! Ja, müssen wir mal gucken, wo sie sind hier, Mensch. Oh, mei. Das hat der, das war der Kopfpuppe. Der war 14 rum hier. Ich weiß nicht, wer mich hier anstreißt. Firehunt da oben. Woher ist das hier? Peloton. Lass ihn nicht. Was ist richtig übles? Was zum Teufel war das? Woher ist das aber nicht? Wer weiß alles? Spinner. Gewürr. Knurrt irgendwer. Ja, warte. Franko. Und während ich vor diesem Ding an der Tür geflohen bin, hätte ich beinahe versucht, ihn zu retten. So, das reicht jetzt. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Bye-bye, Bones. Und mit dem Gänsten. Besuch. Bones. Bones. Vielen Dank.